Ja, das war natürlich schon sehr gut, aber es geht, hoffen wir, noch sehr viel besser und darum kommen wir jetzt zu unserer ersten Protagonistin. Das ist aus der Klasse 10, D, die nennt sie Brecht. Ich schwöre ein, falsche Worte, da stirbt alle. Das ist aus der Klasse 10, D, die nennt sie Brecht. Das ist aus der Klasse 10, D, die nennt sie Brecht. Das ist aus der Klasse 10, D, die nennt sie Brecht. Das ist aus der Klasse 10, D, die nennt sie Brecht. Das ist aus der Klasse 10, D, die nennt sie Brecht. Das ist aus der Klasse 10, D, die nennt sie Brecht. Das ist aus der Klasse 10, D, die nennt sie Brecht. Das ist aus der Klasse 10, D, die nennt sie Brecht. Das ist aus der Klasse 10, D, die nennt sie Brecht. Das ist aus der Klasse 10, D, die nennt sie Brecht. Will it fall? I heard his anger go talk I heard he had a story And so I came to see him And listen so hard And then he put out the story A stranger to my heart Swing my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his soul Killing me softly With his soul in my heart With his soul killing me So deep when he falls Thank you Thank you Thank you